Real Talk Ich heiße euch zu diesem ersten Real Talk ganz herzlich willkommen. Über den Sommer hat sich in meinem Leben einiges getan und ich möchte auf Scoots Easy einige Veränderungen vornehmen. Dazu gehört auch, dass es keine Vlogs mehr geben wird. Stattdessen gibt es diese Real Talk Videos. Inhaltlich unterscheiden sie sich nicht wirklich von den Vlogs, wie ihr sie kennt. Es wird auch hier in erster Linie um schulische Themen gehen, über die ich sprechen möchte. Bloß heute nicht. Heute geht es nur um Scoots Easy. Warum ich lieber diese Art Real Talk machen möchte, hat einen einfachen Grund. Ich werde immer wieder interviewt und soll mal ein paar wenige und mal ziemlich viele Fragen zu allen möglichen und unmöglichen Themen beantworten. Ich bin nun aber niemand, der einfach so drauf losredet. Ich denke gerne darüber nach, was ich sage. Und wenn ich das tun kann, kann ich meine Antworten so formulieren, wie ich das möchte und vor allem so, dass sie nicht missverstanden werden. Darum gebe ich grundsätzlich nur schriftliche Interviews. Beim Vloggen ist das nun ziemlich ähnlich. Jeder einzelne Vlog, den ihr auf Scoots Easy findet, wurde vorab geprobt. Viele Vlogs weit mehr als bloß ein einziges Mal. Aber trotzdem fällt es mir dabei schwer, genau das zu sagen, was ich meine. Noch dazu fällt mir dabei manchmal erst während der Aufnahme etwas ein und rucki zucki ist dann der ganze Vlog 20 Minuten lang. Allerdings lässt er sich nicht sinnvoll schneiden. Also ist es bei meinen Vlogs ganz normal geworden, dass ich One Takes drehe. Das ist per se eigentlich ziemlich nice, aber es gefällt mir schon seit einiger Zeit nicht mehr richtig. Mit den Real Talk Videos soll sich das wieder ändern. Wobei ich genau weiß, dass es auch hier Leute geben wird, die mich falsch verstehen. Aber das gehört einfach dazu. Eine weitere, völlig neue Sache auf diesem Kanal sind Challenges. Davon halte ich grundsätzlich gar nicht sonderlich viel. Das liegt aber nicht daran, dass ich es nicht mag, wenn man mich herausfordert, sondern vielmehr daran, dass die meisten Challenges im Internet so sinnfrei zu sein scheinen. Klar, ein Eimer Eiswasser auf den Kopf ist zwar für einen guten Zweck, aber nach fünf Sekunden ist alles wieder vorbei. Und am Ende bleibt rein gar nichts. Mein Fall ist das nicht und doch will ich euch in diesem Schuljahr mal herausfordern. Zehnmal, um genau zu sein. Ich habe für euch zehn Challenges erstellt, die jeweils einen Monat dauern. Dabei geht es, wie sollte es anders sein, ums Lernen. Diese Challenges sollen euch dabei unterstützen, effektiver zu lernen, schneller mit den Hausaufgaben fertig zu werden und bessere Noten zu schreiben. Ihr sollt dabei mit euren Gewohnheiten brechen, denn das ist fast immer der Grund, warum man als Schüler irgendwann nicht mehr so wirklich vorankommt. Irgendwann hat man sich eine Routine angeeignet, die für einen in Ordnung ist. Sie ist nicht super toll, aber auch nicht total schlecht. Die Challenges sollen genau hier ansetzen und euch andere Wege zeigen, damit ihr neue Routinen entwickeln könnt, die euch das Lernen erleichtern und euch mehr Freizeit bieten. Jede Challenge beginnt am 1. eines Monats. Die erste Challenge ist also schon erschienen. Sie dauert bis zum nächsten 1. und das steht euch natürlich völlig frei, ob ihr mitmacht oder nicht. Ich empfehle euch aber, es mal zu versuchen. Es gibt keine Belohnung von mir, ich verlose nichts und ich garantiere auch nicht, dass ihr dadurch zum Musterschüler werdet, aber ihr könnt dadurch neue Erfahrungen sammeln und Lerntechniken kennenlernen, die euch am Ende den Schultag eben doch vereinfachen. Und jetzt mal ehrlich, wer von euch hat denn keine Lust, bessere Leistungen abzuliefern und dafür weniger Zeit zu investieren als bisher? Und zu guter Letzt muss ich jetzt natürlich noch auf die Kommentare zu sprechen kommen. Sie sind seit einigen Wochen deaktiviert und das hat auch seine Gründe. Ich bin seit 2011 YouTuberin und mache das sehr gerne. Ich mag es, wenn ihr euch bedankt, mich auf Fehler hinweist oder einfach mal eure kleinen Geschichten erzählt. Wenn ihr Fragen stellt, anderen helft oder untereinander diskutiert. Aber die Realität sieht bei über 100.000 Abonnenten leider so aus, dass ungefähr 70% der Kommentare totaler Blödsinn sind und sich überhaupt nicht mit dem Videothema befassen. Von erster über wie geht's bis hin zu ellenlangen Kommentaren irgendwelcher Verschwörungstheoretiker, die zig Links zu fragwürdigen Seiten posten und gar nicht erst merken, dass sie an der völlig falschen Adresse für ihren Beitrag sind. Jeder Beitrag mag seine Berechtigung haben und mit wenigen Ausnahmen gehört das alles zur freien Meinungsäußerung. Doch mich stellt es vor ein Problem. Ich wende mich an minderjährige Schüler. Auch wenn ich rechtlich nicht dazu verpflichtet bin, so kann ich manche Kommentare einfach nicht stehen lassen, weil sie, sagen wir, nicht jugendfrei sind. Und dieser Begriff ist jetzt ausgesprochen dehnbar. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als jeden einzelnen Kommentar zu lesen und manch einen auch wieder zu löschen. Das kostet Zeit und ist frustrierend, denn wenn von 100 Kommentaren 70 völlig überflüssig sind, machen diese 70 eben leider auch Arbeit. Und das muss nicht sein. Ich weiß, es gehört im Internet einfach dazu, dass man Kommentare hinterlassen kann. Aber bloß weil man es kann, heißt das nicht, dass man es auch muss. Im ganzen Leben, egal ob online oder offline, ist es immer sinnvoller, den Mund zu halten, wenn man ohnehin nichts zu sagen hat. Macht ihr in der Schule doch sicher auch, wenn ihr die Antwort nicht wisst. Oder meldet ihr euch dann, wartet, bis ihr dran seid und sagt dann, ich weiß es nicht. Wohl kaum. Deswegen und aus noch einigen anderen Gründen habe ich mich entschlossen, die Kommentare fürs Erste nicht wieder zu aktivieren. Die letzten Wochen ohne waren so entspannt, ruhig und frei von Beleidigungen, Unverschämtheiten und Unsinn, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt habe. Und ganz ehrlich, ich vermisse fast gar nichts. Eher vielleicht schon, aber andererseits. Es gab einen Kommentar auf meine Mitteilung, die ich diesbezüglich veröffentlicht habe, der die ganze Sache ziemlich auf den Punkt bringt. Nachdem ich bereits einige Kommentare beantwortet hatte, in denen ich gefragt wurde, warum ich die Kommentare deaktiviert hatte, stellte ein weiterer Nutzer diese Frage und schrieb auch gleich noch, dass er die anderen Kommentare nicht gelesen hätte. Mal so ins Blaue gefragt. Wenn euer Lehrer euch alleine in einen Raum setzt, euch ein Arbeitsblatt in die Hand drückt und ihr sonst keinerlei Hilfsmittel habt, um die Frage zu beantworten, fragt ihr dann auch in den leeren Raum, ob jemand die Antwort weiß oder lest ihr vielleicht einfach mal, was auf dem Blatt steht. Es sind einfach zu viele Kommentare, die genau das nicht tun. Lieber tippt man ein und dieselbe Frage, die schon mehrfach beantwortet wurde und wartet vergeblich auf Antwort, statt mal eben nachzusehen, ob nicht schon irgendwo eine Antwort steht. Es ist nicht verboten, mitzudenken und erst zu überlegen, bevor man etwas tut. Ich will einfach nicht länger eine Plattform bieten, auf der man nicht denken muss. Denn am Ende ärgern mich die meisten Kommentare, weil sie mir unnötig Arbeit machen. Ich will euch keineswegs den Mund verbieten und selbstverständlich sind nicht alle meine Zuschauer so, aber ich kann es auch nicht beschönigen, denn so wie ich es geschildert habe, ist es leider. Wer mir unbedingt was sagen will, der kann mir eine E-Mail schicken. Hallo at schools easy.de Die Adresse findet ihr übrigens auch auf der Website schools easy.de und in der Kanalinfo hier auf YouTube. Und das war's vom ersten Real Talk auf Schools Easy. Ihr wisst jetzt, was auf euch zukommt und ich hoffe, ihr macht bei der ein oder anderen Challenge mit. Schadet nicht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.